Sie stritten sich beim Wein herum, was das nun wieder wäre! Das mit dem Darwin wär gar zu dumm, und wieder die menschliche Ehre! Sie tranken manchen Humpen aus, sie stolperten aus den Türen, sie gründeten vernehmlich, und kamen zu Haus, gekrochen auf allen Vieren. Sie stritten sich beim Wein herum, was das nun wieder wäre! Das mit dem Darwin wär gar zu dumm, und wieder die menschliche Ehre! Was heißt hier herumstreiten, wenn nur eine Position genannt wird? Offenbar hat man sich nur ereifert. Uneinigkeit herrscht vielleicht noch gerade so darüber, wie so etwas Unerhörtes wie Darwin überhaupt möglich ist. Die Diskussion ist auch noch recht aktuell. 1871 erschien Darwins »Die Abstammung des Menschen«. Das Gedicht erschien 1874. Sie tranken manchen Humpen aus, sie stolperten aus den Türen, sie grunzten vernehmlich und kamen zu Haus, gekrochen auf allen Vieren. Das kann man zur Abwechslung auch mal von anderen kommentieren lassen. In Goethes' Faust berichtet Mephisto dem Herrn folgendermaßen vom Menschen. »Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein.« Gottfried Ben dichtet »Die Krone der Schöpfung, das Schwein der Mensch«. Busch brauchte sicher wie schon Goethe vor ihm keinen Darwin, um sich darüber im Klaren zu sein, daß nicht die Abstammung der Ehre des Menschen abträglich sein kann, sondern nur sein Verhalten. Da ist das Besoffen aus den Türen stolpern sicher noch harmlos gegen das, worauf Mephisto anspielt. Aber Busch, selbst dem Alkohol tragisch verfallen, meint es vielleicht auch weniger misantropisch als Ben. Er hat Spaß an der Komik der Situation, an dem, was man Fallhöhe nennt. Von der Ehre des Menschen zu schwadronieren, um sich dann grunzend wie ein Schwein fortzubewegen. Aber wie lange er die Zersen verfallen. Also, wie viele Menschen machen das sich? Wie lange er am Ere des Menschen zu verletzten, wäre das eine Überschicht, des Bedankungslager, die Menschen zu Zersenung des Zersenung des Zersenshogts. Des Bedankungslagers mit Menschen zu Zersenung des Zersenshochmer. Der Bedankungslager hat sich nicht in der Zersenung des Zersenung des Zersenshochmerzalschmerz, aber die Zersenung des Zersenshochmerzen damals wir in der Zersenung des Zersenshochgerutschmerzen. Vielen Dank.